Ein junger Mann kam zum Meister und berichtete ihm von seinen Erlebnissen. Im Himalaya traf ich einen weißen, alten Mann, der in die Zukunft sehen kann. Diese Kunst lehrte er auch seinen Schülern, sprach er voller Begeisterung. »Das kann jeder«, sprach der Meister ruhig. »Mein Weg ist viel schwieriger.« »Wirklich?« fragte der junge Mann. »Wie ist euer Weg, Meister?« »Ich bringe den Menschen bei, die Gegenwart zu sehen.« »Vol approche« »Wirklich? » Vielen Dank.